Freunde, heute spielen wir den Pupsi-Renn-Simulator. Oh ja, den Futs-Renn-Simulator. Schaut mal, wenn ich jetzt genau hier vorne hingehe, dann lädt mein Bauch voll mit Pupsi und jetzt pups ich mich hier weg. Und schaut mal, wie schnell ich unten bin. Boom, Junge. Einen wie der krasseste. Aber, hä? Da gibt's einen, der so krass als ich. Was? Hä, wie kann das denn sein? Freunde, als ob der krasser ist als ich. Das heißt, wir müssen heftiger werden. Wie kann das sein, Leute? Wir brauchen eine Wiedergeburt. Wir brauchen heftige Haustiere. In der letzten Folge haben wir uns einfach das krasseste Haustiere im ganzen Game gekauft. Schaut euch das an. Wir haben uns einfach so ein Gugu gekauft. Hier irgendein episches Haustiere. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber, 2 Millionen, 5 Millionen. Wir sind die krassesten, Leute. Keiner kann uns eigentlich mehr toppen. Das heißt, wir machen hier nochmal eine Wiedergeburt. Aber, der Typ, der hat uns trotzdem getoppt. Der ist einfach erster Platz, dieser weiße Spider-Man. Wir hatten das geschafft, Leute. Komplett unmöglich. Wir müssen hier einfach Pupsi sammeln in dem Simulator. Ist das nicht komisch, Leute? Und mit 12 Wiedergeburten können wir dann in die Wüste, in die nächste Welt. Und genau das will ich eigentlich auch schaffen. Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Wiedergeburten ich gemacht habe. Hm. Das ist ein kleines Problem. Aber, ich hab hier die Wiedergeburt. Und das heißt, ich kann hier jedes Mal Wiedergeburt drücken. Und dann werde ich immer krasser, Leute. Vertraut mir. Ich werde es noch schaffen, heute der krasseste im ganzen Game zu werden. Wir brauchen 50 Millionen für das krasseste Ei. Also, das check ich wirklich nicht. Wie sollen wir das schaffen? Außerdem, Leute, hier gibt es sogar Schweife, die wir uns hier alle kaufen können. Guck mal. Hier gibt es einfach einen Drachenspur. Hä? Soll ich mir das gönnen? Ausrüsten. Standardschweif. Ich hab hier bestimmt hier... Ich hab hier bestimmt... Letzte Folge habe ich mir einen Feuerschweif gekauft. Das heißt, wir machen einfach Feuerpupsi, Leute. Ich könnte sogar hier Toiletten kaufen. Weil, Freunde, was kaufen wir denn hier? Ich glaube, wir haben uns letztes Mal hier diese Ballontoilette gekauft. Und wir haben uns noch eine VIP-Toilette oder so irgendwie so gekauft. Brauchen wir eine Titan-Kamera-Mann-Toilette? Da gibt es hier einfach einen Titan... Nee, hier ist Titan-Kamera-Mann und hier ist Titan-Speaker-Mann, Leute. Was? Leute, wir brauchen auch so eine. Ich sag euch ganz ehrlich. Wir brauchen auch so eine. Aber unsere gerade ist eigentlich schon richtig gut. Guck mal, wir haben sogar Raketen-Toilette, ne? Also, die haben wir uns schon mal gekauft, Leute. Die ist ultra-OP. Ich sag es euch so, wie es ist. Sollen wir uns, Leute, für richtig viele Robux die Titan-Kamera-Mann-Toilette kaufen? Nee, machen wir nicht selbst, Leute. Erstmal. Ich glaube, es ist sogar besser, ein heftigeres Pad zu holen, ne? Lass mich schauen, Leute. Ich hab 9000 davon. Hä? Ich kauf mir mal ein Pad, Leute. Let's go! Komm schon, bitte was Gutes. Und... Bots! Gewöhnlich. Nein, nicht gut. Ich brauche episch. Ich brauche Legende oder episch, wenn ich das kriege, Junge. Wenn ich diesen Kameramann kriege, schon wieder gewöhnlich. Junge, ich brauche was Krasses, Leute. Ich brauche was richtig OP-haftes. Dann werde ich auf jeden Fall gewinnen. Außerdem könnten die sogar Skibidie- und Titan-Kamera-Mann-Team werden. Also entweder Kameramann-Team oder Skibidie-Team. Und let's go! Komm schon, wir ziehen jetzt so richtig viel, Junge. Wir müssen die Heftiges werden, den ganzen Game. Eben ist noch mal. Warte mal. Hä? Nein, wir sind die krassen, Leute. Wie sind die krassesten? Was? Als ob wir so heftig sind. Guck mal, einfach erster Platz, Leute. Wir sind einfach die krassen vom ganzen Server. Ich habe es euch doch gesagt. Keiner kann uns toppen, Leute. Hier haben wir sogar Quests, die wir auch erledigen können. Machen wir gleich auch noch. Hier einer will mit mir handle. Nee, brauche ich nicht, Junge. Ich bin sowieso der Heftigste. Ich muss hier mit niemanden handle, Leute. So. Am besten rüsten wir jetzt alle aus. Und wie haben wir es ausgerüstet? Äh, warte mal. Oh ja, ja, das passt, Leute. Hä? Warte mal. Hä? Äh, Freunde. Ich sehe gerade. Wir haben hier irgendeinen Hund. Der ist krasser, als das, was wir uns für Robux gekauft haben. Hä? Alter, wie krass ist der denn? 17 Millionen plus gibt der einen. Hä? Ey, das ist ja viel so heftig, Leute. Woher haben wir den bekommen? Okay, ich check gerade gar nichts. Hä? Okay, das heißt, wir machen jetzt mal eine Runde. Und ich schaue mal, wie krass wir jetzt Pupsi machen. Bars, einmal Pupsi machen. Nebenbei, wir können uns hier sogar Geschenke abholen. Zack, einmal Geschenke gönnt. Und vielleicht sogar täglich Belohnungen gibt es hier irgendwo. Äh, habe ich gerade keine Ahnung, wo das ist. Aber das gönnen wir uns vielleicht auch gleich. Freunde, wir haben einfach richtig viel Plus gemacht. Schaut mal, wie viel wir einfach Plus gemacht haben. Mit einmal für eine Wiedergeburt brauchen wir nur 300.000. Hä? Easy, Leute. Gar kein Problem wird das für uns. Null Probleme wird das für uns, Leute. Und ich hab wirklich, ich brauche hier noch irgendwas krasseres, ne? Wir kriegen nicht mehr so viel Plus, Leute. Wir müssen noch ein bisschen heftiger werden hier. Das ist die zweite Folge, das wird ja immer schwieriger. Fahr bitte mit Gassen mit mir handeln. Hör auf damit. Wir können es wie ein Eck und nur schlechtes Zeug rausbekommen. Das gibt es, Leute. Und wir schauen mal, Leute, was wir rauskriegen, wenn wir so ein Pad öffnen. Hm. Episch. Warte mal, wir können ja voll die krassen Sachen rauskriegen. Episch habe ich schon bekommen. Ich glaube, das ist das Krasseste. Ungewöhnlich habe ich es auch bekommen. Ist ja gut, Leute. Wir schauen mal nach. So, am besten ausrüsten. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Äh. Lol. Hä? Hat sich wirklich? Ist ja voll krass. Ist gar nicht mehr so schlecht, Leute. Ich glaube, wir sind das für 5 Millionen. Ah, das ist selten. Da habe ich es bekommen. Hä? Wie krass ist das denn? Okay, Leute. Ich brauche noch ein Pad davon und dann werde ich ultra krass. Ich sage es euch, Leute. Direkt noch mal ein paar Runden drehen. Zack. Let's go, Leute. Boom. Pupsi. Ja, Leute. Ich mache es so wie Pupsi, Leute. Das gibt es einfach nicht. Das ist viel zu viel. Okay. So, was können wir uns denn hier kaufen? 300 plus. Was geben mir diese Coins? Ich check das nicht. Äh. Was geben die bei plus, Leute? Diamanten. Kann ich mir damit irgendwelche Toiletten kaufen, vielleicht? Ist vielleicht dafür gut? Ne. Gefühlt nicht, ne? Gefühlt ist das für gar nichts gut. Wie kann das sein, Leute? Wie kann das sein? Und wir machen jetzt einfach Autofutz an. Scheiße, wir futzen jetzt einfach die ganze Zeit durch. Wir haben für so eine Rainbow-Toilette. Junge, boah. Guck mal, wie wir das krass durchfutzen. Zack, Leute. Wir werden auch so krass. Vom ganzen Server werden wir einfach die heftigsten. Ich sag's euch. Okay, Leute. Ich hab jetzt so viel Pupsi gemacht. Ich hab gleich 5 Millionen, äh, Pupsi verdient. Da oben. Schaut mal. Let's go. Nur noch ganz bisschen. Noch in zwei Runden oder so. Und dann kann ich mir das richtig krasse Egg kaufen. Und damit, ich werd alles hops nehmen. Ich sag's euch, Leute. Denn damit werd ich doch viel, viel heftiger. Denn das ist einfach krass als dieses Son Goku-Egg, Junge. Okay, let's go. Noch einmal, Leute. Wir deaktivieren hier schon mal Autofullspot. Boah, Junge. Pupsi, ich einfach mache. Zack, let's go, Junge. Und gleich ist es soweit, Leute. Gleich ist es soweit. Wir können jetzt, schaut mal. Wir können sogar aufhören zu reiten, Leute. Endlich. So. Perfekt, Leute. Jetzt können wir uns hier für 5 Millionen eins gönnen. Ey, wir haben einfach das schon für 18% die Chance. Komm schon, bitte das Epische, Leute. Bitte das Epische. Und ich hab's gewöhnliche bekommen. Ja. Bräh. Was? 12 Millionen? Was? Oh nein, Leute. Damit machen wir jetzt noch viel krasser Pupsi. Und wie viel kriegen wir jetzt bloß? 12 Millionen? Ey, das ist ja richtig OP. Das heißt, wir sind jetzt schon noch viel krasser geworden. Und können jetzt noch viel mehr Pupsi machen, Leute. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ich sag euch ganz ehrlich. Sammeln bringt uns gar nicht. Guck mal, wie wenig mir das Plus gibt. Guck mal, wie wenig das ist. Absolut gar nichts bringt es einem. Ich weiß gar nicht, warum man das machen muss. Ich sag euch ganz ehrlich. Und nebenbei, was ist das hier eigentlich? Zauberhafte Haustiere. Hm. Erfordert ein Haustier der Stufe 2, um es zu verzaubern. Hä? Was ist ein Haustier der Stufe 2? Junge, hab ich ein krasses Haustier? Zusammenführen. Lol. Ich kann Haustiere zusammenführen? Das wusste ich gar nicht. Ich will das zusammenführen. Let's go. Alle zusammenführen. Ries... Äh. Ich glaube, das ist Level 2, Leute. Ich hab aber noch keins. Okay. Ich hab keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wir machen jetzt einmal hier Pupsi. Ich weiß den beiden auch immer nicht, was diese Keils da links können. Diese 11.000. Ähm. Aber finden wir bestimmt noch heraus. Let's go. Jetzt machen wir richtig viel Pupsi. Gerade eben konnten wir nur 170. Was? Was? Alter! 200.000 haben wir diesmal Plus bekommen. Ey, wir haben diesmal so krass alles rasiert. Ich sag euch ganz ehrlich. Okay. Das heißt, wir machen jetzt wieder fett, fett viel Plus, Leute. Und nebenbei, ich glaub, wir können sogar eine Wiedergeburt machen. Ja, zack. Let's go. Wiedergeburt. Und unser Ziel ist es, in die Wüste zu kommen. Dort werden wir 100% alles rasieren. Wir haben jetzt... Wie viele Wiedergeburten haben wir jetzt schon gemacht? Ich hab keine Ahnung, wie viele. Upgrade Erfolg. Hä? Upgrade Erfolg. Äh. Warte mal. Grade ich mich grad die ganze Zeit ab, oder was? Hä? Ich grade mich die ganze Zeit ab. Als wenn? Guck mal. Guck mal. Ich kann die ganze Zeit das upgraden. Upgraden. Äh. Alter. Warum hast du das davor nicht gemacht? Guck mal, wie viel Köln ich hab und wie krass ich das upgraden kann. Hä? Hä? Wie... Wir... Leute, das hab ich gar nicht gecheckt, Leute. Okay, Freunde. Wie krass mach ich grad den Upgrade? Junge, ich drück da grad tausendmal drauf. 10 kostet das jetzt? Alter, ich hab so viel, Leute. Ey, ich glaub, ich bring das Game gleich zum Abstürzen. Ich sag euch ganz ehrlich. Erreiche Max-Level-Wiedergeburt, um mehr abzugraden. Lol. Okay. Wir müssen jetzt ein Wiedergeburt machen, dann kriegen wir nochmal ein Plus. Das hab ich die ganze Zeit nicht gemacht. Wie los war das denn? Ich glaub, jetzt mach ich noch viel krasser Pupsi, oder nicht? Warte mal. Wir testen jetzt mal Pupsi. Pupsi-Kraft, let's go! Wow! Wow, Junge! Was? Alter, krieg ich jetzt viel Plus. Und zack, let's go. Bats. Jetzt kann ich ein Wiedergeburt machen, warte mal. Wir machen jetzt mal ein Wiedergeburt. Und zack, let's go. Und jetzt können wir das wieder die ganze Zeit upgraden. Jetzt können wir das durchgehen upgraden auf 60. Okay, ah, okay, ich check's, Leute. Aber, wir haben noch voll viel, Junge. Warum kostet das so wenig? Können wir voll viel davon machen. Aber ich hab's ja gar nicht gecheckt. Was ist das für ein Level? Also, wir könnten das Pupsi-Level upgraden. Okay, warte mal. Ah, jetzt kriegen wir viel mehr Pupsi, wenn wir das einsammeln, Leute. Checkt ihr das? Das gibt es mir Plus. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier einsammle. Bats. Äh, was? 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 Hä? Ich hab's ja gar nicht gecheckt, Leute. Guck mal, okay, jetzt versteh ich das. Guck mal, jetzt krieg ich viel mehr Plus. Du hast mir gedacht, das bringt mir ja gar nichts. Aber guck mal, wenn ich die jetzt Pupsi einsammle, guck mal, wie viel ich dann Plus krieg. Boah, ey. Das ist ja Ultra-OP. Warte mal, zack, ich sammle die ein. Boots, Boots, Boots. Eine Million. Eine Million mehr als eine Million. Bam, bam. Hier, das Pupsi noch einmal sammeln. Zack, 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 let's go. Das Ganze muss ich die Pupsi einsammeln. Und, batz, let's go. Okay, reicht. Zack, wir machen jetzt einmal. Pupsi richtig weit entfernt. Und guck mal, wie viel wir jetzt Plus kriegen. Boah, es lohnt sich ja jetzt auch richtig, oder nicht? Wenn wir diese Coins auch ausgeben. Ich hab's ja für den ganzen Tag gecheckt, Leute. Wie kann man so dumm sein? Hä? Guck mal, Anspruch, zack, let's go. Jetzt kann ich direkt wieder Wiedergeburt machen. Boah, das ist jetzt unmöglich. Krass, guck mal. Wiedergeburt, zack. Und jetzt direkt wieder alles upgraden. Boah. Alter, damit wäre ich jetzt der heftigste. Ich sag's euch so, wie es ist. So, zack. Jetzt mach ich hier einmal nach vorne. Eine Runde, Wiedergeburt, wieder alles upgraden. Und krieg immer mehr Plus, Leute. So müsste ich es mal vorstellen, okay? Und jetzt wieder ein bisschen Pupsi einsammeln. Und dann werde ich noch krasser, Leute. Boah, es wird so krass. Ich bin doch immer erster Platz. Keiner kann mich toppen, Leute. So, zack. Kann ich wieder eine Wiedergeburt machen? Ja, sofort wieder. Zack, let's go. Wieder alles upgraden. Pass, 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 pass. Ich hab's sowieso genügen können. Guck mal, wie viel ich noch hab hier hinten. So, zack, let's go. Wie viel krieg ich jetzt Plus? Boah, okay. Richtig OP. Richtig OP. Leute, ist das nicht krass? Guck mal, zack. Hier alles einsammelt. Das ganze Pupsi. 7 Millionen Plus hab ich jetzt schon. Boah, okay. Damit werde ich jetzt alles rasieren. 100%. Wenn ich damit jetzt nicht alles rasiere, ich weiß auch nicht mehr weiter, Leute. Boah, jetzt ergibt der Simulator auch Sinn. Ich hab die ganze Zeit gedacht, hä? Das macht gar keinen Sinn, der Simulator. Aber, jetzt schaff ich das. Guck mal, zack, auf meine Toilette. Pupsi hat sich gesammelt in meiner Rainbow-Toilette. Oh ja, Leute. Und jetzt, zack, let's go. Weiter geht's, Leute. Ach, wäre ich 100 Millionen Pupsi stärker, ne? Boah, das wird so krass. Boom. Eine Million Pupsi machen wir jetzt schon fast. Mit einmal. Das ist so krass, Leute. Und nebenbei, warte mal, jetzt, wo ich sag's, ich glaub, wir können einfach gleich hier ins nächste Portal zur Wüste und gleich das Eck kaufen, weil wir machen jetzt schon pro, wir machen jetzt schon einmal Pupsi-Runde drehen. Machen wir schon so viel Plus. Das gibt's einfach nicht. Eine Pupsi-Runde, Leute. Gebt euch das mal. Eine Pupsi-Runde macht wie viel Plus? Warte mal. Ähm, eine Million fast, ne? Und dann müssen wir nur 50 Runden machen, dann können wir das krasseste Eck kaufen. Alter, wenn ich da nicht was krass draus ziehe, dann weiß ich auch nicht mehr. So, guck mal, wie viele Runden ich mach. Boom. Boom, Junge, bin ich krass. Zack, 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 let's go, let's go, let's go. Eine Runde, wie ihr macht, gleich sofort wieder die Wiedergeburt. Guck mal, wir können einfach eine Runde machen, direkt die Wiedergeburt. Wie krass ist das denn? Gerade eben brauchen wir noch voll viele Runden für eine Wiedergeburt, ne? Jetzt machen wir eine Runde, zack, direkt die Wiedergeburt. Okay, let's go, wieder ein bisschen was einsam. 100 Billionen Pupsi-Stärke. Wir haben's geschafft, Leute. Boah, haha, wir warten auf die nächste Runde. Okay, wir warten kurz. Warte mal. Es resettet sich mein Pupsi. Oh, okay, ich check's, Leute. Jetzt muss ich das wieder ganz schnell einsammeln, damit ich mehr krieg. Und das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Ah, okay, 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 okay. Ja, das wird schwierig, Leute. Okay, das wird wirklich schwierig. Zack, das heißt, wir müssen jetzt richtig viel sammeln, damit wir richtig krass werden. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Zack, 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 zack. Let's go, let's go, let's go. Gleich können wir direkt wieder Pupsi machen. Komm schon, Batz, einsammeln. Wir haben gleich wieder 80 Millionen. Okay, da wird's krass, Leute. Batz, einsammeln. Komm, das ist krass, Pupsi. Das Rote. Das Rote ist das krasseste, Leute. Guck mal, das Rote ist das krasseste. Der hat sogar eine Krone, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich. So, zack, wieder alles einsammeln. Zack, 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 zack. Okay, das sollte reichen. Batz, gleich haben wir wieder 100 Millionen. Das sollte passen. Und jetzt Pupsi, Junge, Batz, Junge, zack. Ey, das haben wir schon, am Anfang schon fast 100 Millionen. Das heißt, gleich werden wir richtig OP, Leute. Boah, ich bin so gespannt. Okay, hier, wir gucken wieder auf den Ding. Und jetzt, wir haben so viel Plus gemacht, dass wir direkt ein Video machen können. Batz, wieder alles upgraden. Zehnmal upgraden, Leute. Batz, alles upgraden. Das heißt, wir müssen jetzt wieder richtig viel einsammeln. Boah, wie viel Pupsi ist hier denn gespawnt? Können wir jetzt alles einsammeln? Let's go, let's go. Oh, 30, was? 200 Millionen gleich. Boah, das dupliziert sich ja richtig schnell. Wie viel kriegen wir ein Plus pro Dings? Was? Lol. Guck mal, wir gucken jetzt, wie viel ein rotes Plus kriegt. Okay, gucken wir gleich. Batz, 30, was? 13 Millionen gibt ein rotes Plus? Okay, das ist unmöglich, Leute. Das ist so krass. Wir sind so ärgert geworden. Das gibt es nicht mehr, Leute. Wie können wir so krass werden? Ey, nochmal, nochmal, voll Pupsi aufladen. Voll Pupsi aufladen. Dann direkt ein Wiedergeburt. Direkt ein Wiedergeburt. Direkt, Leute. Wir müssen gar nicht mehr Pupsi einsammeln. Wir können sofort ein Wiedergeburt machen. So, zack. Was, wie viele Runden drehe ich? Gleich 1.000 Runden habe ich gleich gedreht. So, Wiedergeburt. Batz, wieder alles upgraden. Leute, schreibt mir noch mehr in die Tipps, in die Kommentare, weil ich sehe gerade, ich übersehe die blödsten Sachen. Hätte ich das nicht gesehen, Leute, dann wäre die Folge jetzt komplett langweilig geworden. Aber ich habe es gesehen, Leute. Und jetzt, guck mal, wie viel ich Plus mache. Jetzt ist das ultra krass, die Folge. Okay, es ist 900 schon. Schon bei 900. Heißt, Batz, Wiedergeburt. Warte mal, Wiedergeburt kostet jetzt ein bisschen viel, Leute. Ich glaube, Wiedergeburt schaffe ich nicht mehr so schnell. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen mehr einsammeln. Vielleicht müssen wir 300 Millionen und dann können wir richtig übertreiben, Leute. Ich habe eine Idee. Sollen wir jetzt ganz viele Runden machen, damit wir immer krasser werden und ganz viele Eggs öffnen können? Ich glaube, das ist eigentlich klüger, oder nicht? Anstatt, dass wir immer mehr Pupsi kriegen, immer mehr Wiedergeburten. 12 Wiedergeburten. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 1.000 gemacht. Ich glaube, wir können schon freischalten. Egal. Wir gehen jetzt noch einmal, zack, und drehen jetzt ein paar Runden. Wir haben noch 190 Sekunden Zeit. Das ist ultra viel, Leute. Das sind drei Minuten fast. Also, genau zu sein sind es jetzt drei Minuten. Oh ja, drei Minuten haben wir noch Zeit. Das heißt, wir können uns noch so ein bisschen beeilen. So, let's go, let's go, let's go, let's go. Zack, wieder hier alles einsammeln. Pass, pass, pass. Zack, boah, krank wie viel. Plus halbe, was? 500 Millionen. Yo, Alter, das ist mir krass, Leute. Pass, alles einsammeln. Wir spielen das Game durch, Leute. Ein Video können wir noch machen. Ich glaube, da haben wir 12. Ich glaube, da haben wir 12, Leute. Ich weiß nicht, wo die Videangeboten hier stehen, wie viele wir haben. Schreibt es mal in die Kommentare, wo das steht, Leute. Weil ich weiß es nicht. Das heißt, hier noch einmal, batz, rüber da. Ey, sollen wir auf 50? Sollen wir 50 Millionen sparen? 50 Millionen ist Pupsi. Da oben also diese Hunde. Können wir sammeln. Und dann wird es richtig krass, Leute. Sollen wir das machen? Ey, ich habe richtig Lust. Das können wir gleich versuchen. Okay, zack, zack, zack. Wir werden hier alles einsammeln. Batz, 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 batz. Alles einsammeln, Leute. Nichts vergessen. So, zack, 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 zack. Und gleich, Junge. Ey, warte mal. Ich mache jetzt Autofurz, Leute. Ich mache jetzt den Autofurz aktivieren. Okay? Zack, Autofurz. Guck mal, nee, wir können da immer was einsammeln. Und jetzt, bam. Eine Runde drehen. Wir sparen auf 50 Millionen. Das müssen wir noch schaffen in zwei Minuten. Komm schon. Und dann können wir das krasseste Egg auf dem ganzen Spiel öffnen. Und ich glaube, warte mal. Sollen wir lieber ein Wiedergebot machen? Ich glaube, dann können wir in eine andere Welt. Denkt ihr das nicht klüger? Hm. Nee, ich habe jetzt schon 24 Millionen. Die kostet 12 Millionen. Dann wäre es unnötig. Verschwend ich voll viel. Verschwend ich 12 Millionen. Lieber, ich mache jetzt einfach das Egg. Ich mache es auf Egg. Warte mal, 8 Millionen plus. Was? Ich muss nur noch zwei Runden machen. Dann habe ich es, Leute. Nein. Als wenn. Boah, bin ich... Leute, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich bin ein Pupsi-Mitglied. Steht da. Warum bin ich ein Pupsi-Mitglied? Noch ein Win. Noch ein Win, Leute. Dann kann ich mir das krasseste Egg holen. Junge, ist das ein Heftig. Ich habe es ja gar nicht gecheckt. Junge, wie konnte ich denn so lost sein und das nicht checken, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare, dass man einfach da upgraden kann. Und jetzt bin ich der Heftigste einfach geworden. Okay, Leute. Let's go. 50 Millionen. Das heißt, wir können uns das krasseste Egg jetzt leisten. Ich bin so gespannt. Bitte was Gutes. Und... Let's go! Was? Nein. 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 Nein, Leute. Wir haben das krasseste... Nein, Leute. Das krasseste Pack bekommen auf dem ganzen Server. Leute. Jetzt wird übertrieben, Junge. Oh, guck mal, wie viel... Nee, das ist... Ich glaube, das ist gar nicht mehr so P. Guck mal, wie viel ich hier Plus kriege, wenn ich einsammle. Das ist ja mal Ultra... Das ist ja broken, Leute. Guck mal, ich habe jetzt so viel Plus. Nee, jetzt muss ich mal eine Runde machen. Komm, Autofuß. Jetzt kommt Autofuß. Nur 30 Sekunden. Zeit. Ich habe fast... Ich habe fast... Nein. Gleich eine Million, Leute. Alter. Wie krass ist das denn? 999 Millionen habe ich gleich. Okay, Leute. Jetzt wird es ultra geisteskrank. Bart ist eine Runde gedreht. 13 Millionen. Plus kriege ich da. Plus. Bam. Zack. Heißt direkt wiedergeboten. Direkt wiedergeboten. Direkt upgraden, Leute. Direkt upgraden. Zack. Gleich nochmal, Leute. Bart, wie viel kriegt das Plus, Leute? Boom, ich pups mich so krass weiter. 14 Millionen habe ich das Plus gemacht. Komm, ich muss schon mal hier alles einsammeln. Bart, 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 Bart. Und noch eine Runde. Eine Milliarde, Leute, haben wir. Was? Okay, das ist krass, Leute. Eine Million. Bart, hier. Eine Runde dreht. Und... Und... Bam! 15 Millionen. Okay, ultra krass. Ultra krass, Leute. Wir haben hier zwei oder drei. Da hat es sich jetzt wieder resetet, Leute. Und... Äh, Freunde. Äh, warte mal. Guckt ihr etwa schon zu? Oh, Mann, Freunde. Äh, ihr habt gar nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe nur ein bisschen Pupsi gemacht. Oh, ja. Denn heute spielen wir einfach den Food Simulator in Roblox. Und genau deswegen sitze ich hier gerade auf einer Skibbidi-Toilette. Lol, Alter. Und schau mal. Ey, ich kann hier richtig viel Pupsi aufsammeln. Irgendwie komisch wissen, bitte sehr. Ja, und kriegt dann Pupsi plus, Junge. Und dann wird mein Food Simulator krasser, Freunde. Lol, wie krass. Und nächste Runde... Ey, nächste Runde startet in sieben Sekunden. Da müssen wir ganz schnell tippen, damit wir die schnellsten werden. Denn wir müssen uns hier mit unserem Food ganz nach vorne katapultieren. Und jetzt, let's go. Äh, warte mal. Ich muss jetzt Pupsi sammeln. Oh, Mann. Wie ekelhaft ist das denn bitte sehr. Wir müssen nicht klicken. Wir müssen hier Pupsi sammeln. Hier gibt es braunes Pupsi. Blaues Pupsi. Und sogar rotes Pupsi. Oh, das Rote ist das krasseste, Freunde. Hä? Schaut euch das mal an. Lol. Hä, ich kann hier sogar... Wenn ich gleich ein Rennen mache und da richtig schnell bin, dann kann ich Coins kriegen. Und damit, Junge, kann ich mir Eggs kaufen. Und dadurch kriege ich Haustiere. Hä, wie krass das denn bitte sehr. Und was ist das hier? Hä? Du bist aber ein Meme-Hund. Aber wir... Ey, wir können sogar... Nein, nicht stellen wir ihren Ernst. Wir können hier sogar verschiedene Toiletten ausrüsten. Äh, ich will jetzt Gibi-Di-Di-Tletten-Banden-Mitglied sein. Hä, das klappt gar nicht. Lol. Was gibt es hier bitte sehr für krasse Toiletten, Alter? Was ist das denn bitte sehr? Junge, wie krass sieht das aus? Komm, wir müssen hier immer mehr sein und jetzt, Freunde. Jetzt machen wir einen Rennen. Let's go, Pupsi. Wow. Ja, let's go. Freunde. Äh, was war das denn bitte sehr? Lol. Habt ihr das gesehen? Die haben einfach fett Pupsi gemacht, Freunde. Und das machen wir jetzt nochmal. Hä? Let's go. Aber habe ich auch Coins dazu bekommen? Irgendwie nicht, Freunde. Ey, ey, ey. Ich konnte aber gar nicht weit Pupsi machen, Freunde. Junge. Ich muss nochmal, Freunde. Komm. Hier. Und boom. Ey, Junge. Hä, mein ganzer Bauch ist voller Pupsi. Let's go. Ey, wie weit bin ich gekommen? 800 Klötze? Ey, ich bin ja richtig krass, Freunde. Ich habe schon 1000 Pupsi gemacht. Okay, Freunde. Langsam. Ey, jetzt wird zu viel. Ich habe eine Idee. Wisst ihr, was wir machen? Hier. Ey, wir kaufen uns ein großes Ei. Let's go. Für 99 Robux, Freunde. Vielleicht kaufen wir später noch mehr Eier. Und ich habe gehört, Freunde. Ucri, der macht gerade auch dick Pupsi. Wir rufen den mal ganz kurz an. Und wir haben einfach einen blauen Kameramann bekommen. Ey, ich will einen roten Kameramann. Was soll das denn bitte sehr werden? Let's go. Aber ich habe ihn jetzt ausgerissen. Schaut mal da hinten. Ich kriege jetzt viel mehr Pupsi plus. Lol. Alter, wie OP ist das denn bitte sehr? Ich kriege so viel Pupsi. Wow. Und Freunde, wir rufen jetzt Ucri an. Ey, ich habe gehört, der ist gerade auch auf Toilette. Der will gegen mich ein Battle machen. Zum Glück, was willst du jetzt von mir, du Eierkopf? Hey, Junge, Ucri, was redest du da? Ey, wie krass kannst du Pupsi machen? Was? Was hast du gefragt? Ja, hä, ich spiele gerade Pupsi-Simulator. Ucri, kannst du auch so weit Pupsi machen wie ich? Pupsi-Simulator? Ja, Ucri, Junge, bist richtig an Opio. Komm mal hierher, ich werde dich rasieren. Alter, warte mal, soll ich kommen? Und dann Pupsi sich an. Ja, hä, nee, Ucri, ja, viel krassere Pupsi, als du willst mich niemals anpupsen, komm. Ey, Ucri, ich mache Challenge um 10.000 Euro, wer weiter pupsen kann, okay? Jungen, Ucri, werde ich sowas von rasieren. Komm online jetzt, ich werde dich hops nehmen. Ich werde dir einen ganz am Schluss mal mit den Chase zu Eierkopf. Let's go, okay, Ucri, ganz am Schluss. Jungen, ey, Ucri, nur mit den Eierkopf, ich lege jetzt auf, Jungen, bam. Ey, gar keinen Bock mehr auf Ucri, habt ihr es gehört? Er hat mich, Junge, er hat mich aber beleidigt, ey. Selber Ucri, ey, wisst ihr was, Junge, er hat gesagt, wir machen um 10.000 Robux, machen wir jetzt Challenge, wer krasser wird. Und ganz am Ende machen wir Duell. Jungen, ich werde sowas von hops nehmen, Junge. Ey, wir fahren jetzt richtig viel, Freunde, wir fahren jetzt richtig viel. Guck mal, hä, futz hier, Leute. Sollen wir mal testen, wie weit wir jetzt futzen können? Ey, wir testen jetzt einmal ganz kurz und... Wow, Alter, ey, wir werden sogar richtig dick, Junge. Boom, was? 23.000 Klötze? Ey, Junge, warum sind wir so OP, Freunde? Lol. Hey, hab ich hier gar nicht gecheckt. Ey, was, können wir hier Wiedergeburt machen? Äh, nee, klappt irgendwie gar nicht. Habt ihr gesehen, wie krass ich einfach bin? Einfach 23.000 Klötze hab ich jetzt schon Pupsi gemacht. Ucri wird niemals so weit mit nem Furz fliegen können. Denn, ey, habt ihr auch schon gesehen, Freunde, ich wurde richtig dick, Junge. Mein ganzer Bauch ist voller Pupsi, Junge. Ey, nicht, dass mein Kopf noch so richtig dick wird. Ey, Freunde, seid mal ehrlich, ich hab dir mal Pupsi in die Hose gemacht. Ey, wenn ja, schreibt mal eins im Kommentar und wenn nicht, dann zwei in die Kommentare. Ey, ich hab noch nie Pupsi in die Hose gemacht. Ist doch ekelhaft, Junge. Spaß, Freunde, ich glaub, einmal passiert mir. Ey, aber es hält jetzt keinem weiter. Und, yo, ey, was können wir hier bitte kaufen? Hä, was ist das? Warte mal, ey, wir müssen noch einmal springen, dann können wir das hier ein krasses Eck kaufen. Boom, voller Pupsi. Ey, ich bin voller Pupsi. Jungen, wie weit geht das dann bitte sehr? Und, ey, was ist das denn? Lol. Hä, Anspruch. Hä, ich hab Geld bekommen. Und damit, ey, damit kann ich mich hier ein Eck kaufen. Hä, geil, Freunde, bam. Ey, ich kaufe mir das jetzt. Bam, hier ein Eck kaufe ich mir. Bam, und ey, ich glaub, wir können sogar eine zweite Welt, Freunde. Ich werd Ucri sowas von Hopsi nehmen. Hier, Haustier haben wir bekommen. Und, was ist das eigentlich? Frage, Frage, Fragezeichen. Hä? Ey, das ist ja richtig krass. Hier, ausrüsten. Bam, hier auch ausrüsten. Zack. Und jetzt, Freunde, wir kaufen uns hier sogar noch eins. Let's go. Für 1.000 Coins kaufen wir jetzt ein richtig krasses Haustier. Und, boom. Hö, ungewöhnlich. Frage, Frage. Warum heißen die immer so komisch? 30% die Chance. Okay, wir haben nicht den schlechtesten bekommen. Und hier, ey, wir haben einmal den für 5% bekommen. Hä, lol. Ey, Freunde, schau. Und, ey, Junge, Legende. Ey, wir können richtig krass Haustiere ziehen. Ey, machen wir heute, Freunde. 100%. Bam. Nun, guck mal, wie viel ich jetzt Plus mache. Junge, mach ich viel Plus, Junge. Und ich werd jetzt gleich richtig weit fliegen, Freunde. Mit meinen ganzen Pups, der sich gesammelt hat. Und nebenbei, Junge, hier gibt's sogar so Schweifen. Sollen wir jetzt davon auch was kaufen? Lol. Hä? Kamera-Gang-Wins. Ey, ich kann mir das ausrüsten. Ja, guck mal. Junge. Ey, Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Seid ihr eher Team Gutskibbidi oder seid ihr Team Böse? Ich sag euch ehrlich, Kameramänner sind schon cool. Titan-Kameramann ist der Beste. Boom. Und jetzt war ich ein Riesen. Wow. Au. Wuhu. Hä? Hä? Junge. Alter, bin ich weit geflogen? Ey, Freunde, ich glaub, ich bin schon ein bisschen zu weit geflogen, oder nicht? Und ich hab wieder ne Quest erledigt. Drei Eier öffnen. Zack. Ein K hab ich das Plus bekommen. Das heißt, ich öffne hier mal wieder ein Eintakt für 1.000. Boom. Und ich werd jetzt was richtig krasses bekommen. Komm schon. Und. Bam. Äh, Freunde, ich glaub, der ist voll schlecht, oder? Das war der Schlechteste, brä. Egal, Freunde, wir dürfen uns nicht aufhalten lassen, denn wir müssen gegen Ucri gleich gewinnen. Und ich glaub, ey, später, ich kauf mir einfach den hier. Aber ich muss mich auch noch ein bisschen weiter pupsen, Junge. Hä? Hey, was hab ich grad bekommen? Alter. Hä? Was hast du für eine Toilette? Ich hab Toilette. Stimmt, wir können uns ja andere Toiletten kaufen. LOL. Alter. Eine wieder. Raketentoilette? Kameratoilette? Ist einfach ein Speakerman Titan Toilette. Wie krass ist die denn? Yo. Hä? Ballontoilette? 20% Geschwindigkeit plus. Sollen wir uns hier kaufen? Ich glaub, Ballontoilette ist voll krass. Damit bleibt man noch viel länger in der Luft. Aber ich hab jetzt schon... Ey, ich hab einfach Meme-Hund-Toilette. Ey, denkst du dir nicht stark? Junge, testen die jetzt mal aus. Ich hab davor Kameramann-Toiletten. Jetzt. Boom. Pupsi da oben. Let's go. Ey, wie weit fliegen wir jetzt? Wie weit fliegen wir jetzt? Wir gucken mal kurz kurz. 40.000 Klätze weit. 40.000 Meter. Was? Ey, wie jung, wann fliegen wir schon so weit? Und wir kriegen jetzt mehr Missionen, Freunde. Boom. Junge, direkt noch eine Mission bekommen. Wir haben richtig viel Pupsi Plus gemacht. Yo, jetzt kann ich... Ey, jetzt... Guck mal, ich hab jetzt direkt mehr Coins damit. Ey, ich kann mir damit theoretisch ja schon ein krasseres Egg kaufen. Ey, wir kaufen uns hier noch ein Egg. Komm. Bam. Direkt noch ein Egg kaufen. Auf gar keine Problembasis. Boom. Ungewöhnlich. Ich will was krasseres. Komm schon. Hier, wir brauchen... Ey, wir brauchen das Epische. Wenn wir das kriegen, Freunde. Und bam. Ach, wir haben schon wieder das Blöde bekommen. Freunde, wir kaufen uns jetzt eine richtig krasse Toilette. Wenn ihr allen ab und liket, dann lasst. Komm schon, Freunde. Auf 3, 2, 1 und 0. Dann lasst jetzt ein Abo und liket, dann, damit ich mir diese Ballon-Toilette kaufe. Let's go, Freunde. Danke, ihr habt ein Abo und liket, dann gelassen. Jetzt kaufen wir die uns. Und haben die ausgerüstet. Lol. Hä? Guck mal, ich fliege einfach so. Ich fliege einfach. Und damit kann ich jetzt viel krasser weit fliegen. Ey. Junge, wir werden Uke ganz am Ende des Videos so hops nehmen, Junge. Der hat gar keine Chance gegen uns. Komm schon. Hier, bam. Einmal hier raus, nach vorne fliegen. Und boom. Funz-Toilette. Wow. Alter, guck mal meinen Furz an, Junge. Ey, Junge. Ey, Furz. Ey, das ist so ekelhaft eigentlich. Egal. Ey, wir machen direkt noch einen Furz. Let's go. Furzi. Furz, Furz, Furz. Ganz am Freund. Und bam. Ey, wie weit sind wir geflogen? Ey, über 40.000 sind wir geflogen. Ey, aber die Träte ist gar nicht so gut. Ich habe viel mehr erwartet. Ey, ich brauche was viel krasseres. Hm, was machen wir, Freunde? Wir müssen irgendwas Heftiges kaufen. Hä? Ey, ich kann mir einfach hier diesen Coin kaufen. Den kann ich mir kaufen. Guck mal, in den Shop. Ey, die kosten einfach... Die kosten voll wenig, oder nicht? Lol. Hä? 3K... 3.000 kostet 89. Ach, soll ich das kaufen, Freunde? Ey, dann kaufen wir uns einfach den hier. Okay, sollen wir das machen? Ach, nee, machen wir nicht jetzt, Freunde. Erst gleich machen wir das. Davor, ich gebe mir hier noch so ein Pad. Zack, einmal hier kaufen. Let's go. Und boom. Ey, oh, das ist ungewöhnlich. Hier, ich will ihn selten haben. Und let's go. Was? Hä? Ich habe... Ich habe einen epischen... Oh! Ich habe einen episch bekommen. Lol. Alter, wie OP ist das denn bitte sehr? Junge Ultra-OP. Wow. Ich habe einen episch bekommen. Hier, am besten ausrüsten. Zack. Let's go. Oh, ey, damit werde ich so krass Pupsi machen. Bam, jetzt... Ey, erst mal hier ganz viel Pupsi einsammeln. Und bam, 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 Freunde. Sollen wir mal mit irgendeinem Typen handeln? Ne, klappt leider noch nicht. Wir kaufen uns jetzt hier noch einen krasseren Schweif. Feuerschweif. Ey, wisst ihr was? Lasst alle ein Abo-Like dann. Wir kaufen uns jetzt Feuerschweif. Lasst alle liken, Freunde. Let's go. Wir kaufen uns jetzt einen Schweif. Boom. Let's go. Ey, mach das aber nicht so aus. Wir kaufen... Wir geben jetzt richtig viele Robux aus, damit wir richtig krass werden. Bam, ausrüsten, Freunde. He, he. Und jetzt... Oh, ich habe ein Feuerschweif. Ey, wir werden gegen U-Krisis... Wir werden so reißen. Guck mal, wie weit ich jetzt fliege. Boom. Wow. Ey. Freunde. Alter. Wie weit bin ich bis hier geflogen? Ich bin über 100.000 geflogen. Junge, war ich OP. Ey. Okay, das ist unnormal krass, Freunde. Junge, ich war sowas so OP. Ey, ich muss hier nebenbei die ganze Zeit hier ein paar Dings öffnen, ein paar Eier, damit ich hier ein paar Missionen erledige. Zum Beispiel die hier. Zehn Eier öffnen. Ja, das mache ich jetzt direkt, Freunde. Noch das letzte Ei öffnen. Zack. Boom. Und Mission erledigt. Ich habe leider nichts Gutes rausbekommen. Ey, ich stelle mir vor, ich kriege Legende. Und Anspruch. Bam. Hä, easy. Oh, guck mal, wie viel ich jetzt bloß bekommen habe. Lord, ey, die Missionen sind ultra OP. Hier am besten wieder ausrüsten. Zack. Und hä? Yo. Hä? Ey, warte mal. Ich habe fünf Plätze. No, warum habe ich so viele? Habe ich mir etwa irgendwas gekauft? Habe ich doch eigentlich gar nicht. Und schau mal, ich kann einfach entscheiden, ob ich auf der Toilette sitze oder nicht. Ey, ich muss jetzt auf der Toilette sitzen und richtig krass Pupsi machen. Yo, guck mal. Hä? Alter. Was ist der denn da bitte? Junge, der hat einfach reingecheatet. Der hat einfach so, von Rainbow Friends hat der einfach Blue im Hintergrund. Ey, der war voll krass. Ey, Freunde, sollen wir jetzt das hier kaufen? Was? Hö? Fütz? Junge, Alter, wie? Was? Wie OP ist das bitte sehr? Junge, warum kriegt man da so krasse Eggs? Und guck mal. Hä? Voll unnötig. Ey, warum soll ich die mir kaufen? Wenn ich mir einfach... Ey, Freunde, wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dass ich mir das kaufe. Soll ich mir das kaufen, Freunde? Okay. Schreibt mal in die Kommentare. Soll ich mir das hier kaufen? Oder das? Was denkt ihr? Was ist das? Son Goku? Oder... Wer ist das denn bitte sehr? Ich hab keine Ahnung. Egal, wir kaufen uns den hier. 5 Millionen? Was? Ey, es muss richtig OP sein. Okay, wir kaufen uns das jetzt, Freunde. Wir kaufen uns das jetzt. Ey, warte mal. Wir haben es gekauft. Und... Hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Legenden. Boah. Ey, schaut mal. 2000. Und der gibt einfach 5 Millionen, Freunde. Der gibt einfach 5 Millionen. Okay, ich bin jetzt so gespannt, wie krass das sein wird. Wir haben sogar einfach 6 Haustiere hier. Junge, der wird so OP sein. Wir sammeln jetzt das ganze Pupsi auf. Bam, bam, bam. Wir müssen immer stärker werden. Ey, sollen wir jetzt einmal machen? Ich glaube, wir können direkt in die andere Welt. 5 Millionen, Freunde. 5 Millionen. Okay, hier einmal Pupsi und... Bam, Junge. Pupsi. Wow. Äh, äh, Freunde. Was? Was? Nein, nicht. Äh, Freunde. Äh, äh. Was ging da ab? Habt ihr das gesehen? Okay, wir gucken nochmal. Let's go. Wir machen nochmal Pupsi. Und... Wow. Wow, Alter. Junge. Äh, okay. Das geht so ab, Freunde. Das geht sowas von ab. Yo, schaut mal, wie viel ich Plus bekommen hab. Yo. Alter. Okay, wisst ihr was? Ey, wir kaufen uns hier direkt das hier. Wir kaufen uns direkt dieses Egg. Ey, wir sind so stark geworden. Das gibt's doch nicht. Boom. 300.000 gibt es Plus. Episch. Ja, easy. Gar kein Problem für uns. Haben uns direkt geholt hier. Am besten jetzt wieder ausrüsten alle. Jetzt hab ich hier einfach diesen krassen hier. Boah, wer ist das überhaupt? Das ist einfach ein Hund mit zwei Gesichtern. Ey, ich hab sogar ein Epischen bekommen. Das ist ja mal ultra krass. Und jetzt hier kann ich mir direkt hier das Nächste holen. Direkt hier eine Mission hab ich. Boah, Freunde, wir sind zu krass. Junge, okay, wird keine Schotze gegen uns haben. Wenn er am Ende kommt und gegen uns kämpft, Junge, dann wird es sowieso nicht gewinnen. Und yo. Oh, nein, nicht deren Herz. Wir haben jetzt noch das Nächste bekommen. Hier, die Besten wieder ausrüsten. Ey, das ist auch Ultra-Pier. Aber 5 Millionen. Ey, das ist ja krass, Freunde. Guck mal, ey, warum soll ich mir den überhaupt kaufen? Wenn der einfach... Junge, Alter. Ey, wie krass ist der? Ey, ich komm immer noch nicht drauf klar. Gibt's hier überhaupt ein Glücksrad? Sollen wir das mal drehen? Hä, gibt's hier irgendwie nicht. Aber guck mal. Warte mal. Hä? Kann ich nicht eigentlich schon in die andere Welt? Ich brauch 12 Wiedergeburten. Junge, natürlich kann ich hier Wiedergeburt machen. Ja, hä, ich mach jetzt eine Wiedergeburt. So, guck mal, hier einmal drauf gehen. Bam. 10.000 Runden drin. Boom, 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 wow. Let's go. Wow. Ey, sind wir krass, Freunde. So, ey, ich will hier... Junge, jetzt kostet alles irgendwie Robux. Voll ehrenlos. Egal. Let's go. Guck mal, jetzt wisst ihr, was ich mache? Bam. Ich mach jetzt hier erstmal eine Wiedergeburt. Zack. Wiedergeburt machen. Boom. Jetzt hab ich mein ganzes... Äh, warte, hä? Ich hab doch immer Pupsi. Basis 10 Millionen. Hä? Ich hab 10 Millionen Pupsi? Hä? Wie krass ist das denn bitte sehr? Aber ich hab alle meine Dings... Ich hab alle meine Dings verloren. Oh, jetzt ist es nicht so gut. Aber ich hab 10 Millionen Pupsi? Okay, das ist ein bisschen übertrieben, Freunde. Egal, let's go. Ich mach jetzt direkt hier nochmal Pupsi. Bam. Junge. Oh, Freunde, Alter. Pupsi, ich warte, Junge. Wie krass... Guck mal, wie krass ist das? Ey, wann lande ich überhaupt? Hä? Bam. Gelandet. 53.000 plus. Gar kein Problem. Und gleich nochmal Pupsi. Bam, Freunde. Wow. Let's go. Und dann kann ich direkt nochmal eine Wiedergeburt machen. Hä? Voll easy. Und ich mach jetzt einfach automatisch einen Pupsi, Junge. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir richtig krass geworden sind. Okay? Bis gleich, Freunde. Let's go. Freunde, ich hab mir so viel gefahren. Guckt mich an. Ich hab... Ey, ich bin so krass geworden. Ich mach ein krasses Pupsi. Und ich kann mir jetzt hier ein Ei kaufen. Let's go. Und ich hab das Grüne gezogen. Sehe ich jetzt schon. Hä? Warte, warte. Hä? Leute, das sieht man einfach direkt. Guck mal. Zack. Bam. Ich hab's ebische gezogen. Let's go. Ey, was? 2 Millionen gibt es plus. Was wird passieren, wenn ich mir das hier für 5 Millionen hole? Das muss so krass sein. Lol. Ey. Hä? Ey. Okay, Freunde. Wir testen jetzt einmal ganz kurz aus, wie krass ich jetzt bin. Okay? Zack. Bam. Hier ablehnen. Weil alle wollen mit mir traden. Nee, Freunde. Boom. Let's go. Wow. Junge. Guckt mich an. Boom. Boom. Freunde, wie OP bin ich denn? Habt ihr das gesehen? Junge, ich hab so viel Plus bekommen. Das gibt's doch nicht. Ey. Junge, Freunde. Ich bin der krasseste geworden. Ey, ich kaufe mir hier noch mal bist. Aber Legende krieg ich sowieso nicht. Freunde, wir können uns hier noch mal ein Disci kaufen. Dann werden wir noch heftiger davor. Wir gehen jetzt hier noch einmal. Ey, wie viele Runden mach ich überhaupt? Warte mal. Wir schauen uns das jetzt an. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Junge, 20. Yo. Alter, 30. 40. Und 50. 54 Mal überqueren wir das. 54 Runden machen wir. Ey, wir sind viel zu stark geworden. Wer will uns denn jetzt noch toppen? Das geht doch gar nicht mehr, oder? Okay, nee. Wir werden jetzt einfach ganz viele Wiedergeburt machen und dann noch in die andere Welt versuchen zu kommen, okay? Und zack, let's go. Geschenk erhalten. Ich habe sogar eine Idee, wir holen uns aber erstmal dieses Egg und danach machen wir das, okay? Und dafür müssen wir jetzt erstmal ganz viele Fritze machen. Let's go. Okay, Freunde, ich habe so viel gefunden. Ihr seht es schon oben. Ich habe jetzt 5 Millionen Hunde-Coins und damit kann ich mir dieses OP-Egg leisten. Let's go. Junge, ich habe es selten bekommen. Nicht deren Ernst. Äh, Freunde, schau mal, was ich jetzt habe. 7 Millionen. Der, Junge, der, Freunde. Er hat nur 5 Millionen und ich habe jetzt 1 zu 17 Millionen. Jo, wie krass ist das denn? Okay, ey, wir versuchen jetzt einmal. Oh nein, Freunde. Junge, guck mal, wie viel Pups ich in meinem Bauch habe. Hä? Der Pups geht, der geht gar nicht mehr weg, Freunde. Jo? Hä? Der verschwindet gar nicht mehr, Freunde. Äh, äh, Junge. Hä? Freunde, wie viele Runden habe ich bisher gemacht? Okay, ich check gar nichts mehr. Lol. Alter. Guck mal, einmal. Ich kriege direkt eine Million plus. Wow. Äh, 100 Runden. Was? Nein. Nein, Freunde. 2, 170 Runden mache ich? Okay, Freunde, wir sind so stark geworden. Wisst ihr was? Äh, egal, Freunde. Äh, Freunde, wir müssen gleich mehr weiter trainieren. Ucria hat sowieso gar keine Chance mehr gegen mich. Ich werde jetzt Anu rufen. Der muss in meine Lobby kommen. Ucria, komm jetzt her, Alter. Let's go, Ucria, bis hier endlich, Junge. Komm jetzt her. Wir machen eins fürs eins, okay? Jetzt nehme ich dich komplett top. Aber, Ucria, ich sehe gerade, du hast gerade die Kameratoilette an. Und, äh, wo sind deine Haustiere? Hä? Was für Haustiere, Junge? Ich bin so der krasseste. Komm jetzt her, Alter. Ich mache so einen fetten Pups. Ich glaube, ich werde Ucri komplett abziehen. Äh, warte mal, Ucria. Junge, du bewegst dich gar nicht weg, Ucria. Jetzt schau mal, wenn ich Pups mache. Guck mal, guck mal, Ucria. Bleib mal da. Und. Und. Pups, let's go. Let's go. Wow. Ich bin weiter zugesprungen. Äh, wie, Ucria, bis weiter. Äh, ja, die Sorge genommen, Ucria. Junge, ich habe 100, 200 Runden gemacht. Ja, mach das mal. Ach, Ucria, kriegst du das auch hin, hä? Alter, was, Junge? Wie krass bist du, Alter? Junge, ich habe den viel krasseren Furz als du, Ucria. Guck mal hier. Nee, ich habe gewonnen, Junge. Junge, Ucria, du hast verloren. Hä? Äh, Freunde, Ucria ist gerade gelieft. Junge, er hat einfach gecheatet. Junge, er will mir jetzt nicht mal 10.000 Robux geben. Ey, Ucria, du Cheater, Junge. Komm sofort zurück. Nee, Freunde, wisst ihr was? Junge, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich gehe jetzt erstmal zu Ucria und werde ihnen das Halbzeit, dass ihr mir einfach nicht meine Robux gebt. Also, drückt noch das nächste Video. Ich mache hier wieder einen fetten Furz, Freunde. Und, tschau, 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 tschau.